Moment. Oder? Ne, warte, nicht rechts. Äh, wieder die Brücke. Da hinten. Dann links. Und die nächste rechts. Das andere rechts. Nein. Huch. Ich brauche dich, Bastille. Schreckt Dings aus zuvor mal rechts. Kämpf dich durch und schaff es auf zu den Kränen. Ey, ich habe gerade so einen Audio-Rekord angemacht. Ich muss schon sagen, Reliance ist ein guter Ort zum Leben. Die Jacobs Corporation behandelt uns fair und sorgt dafür, dass wir immer Arbeit haben und gutes Geld verdienen. Ich fertige zum Beispiel die besten Jacobs-Schäfte aus dem Holz, das wir gleich hier im eigenen Hof gewinnen. Ein einfaches Leben, das stimmt, aber auch ein gutes Leben. Neulich war ich mit meinem Cousin auf Jacobs Art fischen. Junge, wir haben eine ganze Schiffsladung voller Fische geschossen. Auf die kleinen Dinge kommt es an. Wenn einem Gesaurianer, Chabba, Giftschlangen, tollwürdigen Moskitos und die allgegenwärtige Fußbeule nichts ausmachen, ist Aden 6 ein Paradies. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Die einzigen Katze hier seid ihr. Oh, das bist nicht du. Wo ist mein Vieh? Auf diese Rechnung freue ich mich nicht. Hu dich jetzt aus. Deine Jagd ist vorbei. Au. Uh. Ich könnte mir vielleicht mal bald ein neues Schild suchen. Tatsache, dass ich innerhalb von Sekunden down bin. Ah, geht mir ähnlich. Äh, nicht down. Äh, wie? Ich kann wohl Überlebenschance, meine ich. Ich geh down. Oh, zwei Sekunden und du bist dort. Tschüss. Guck mal hier. Oh. Warum können wir damit nicht im Nacken zuschlagen? Was ist mit dem Iridium oder was? Mit dem Handschuh da. Dann ist das Iridium kaputt, Mann. Hm, ganz einfach. Gegnerts. Gegnerts. Oh. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Verflucht seien diese leeren Magazine. Ja. Dann haben sie bloß nicht die richtige Schriftwinte. Richtig. Weil ich gerade meine Pistole benutze. Und die ist halt auch cool. Wir müssen jetzt auf einen dieser Holzdinger hier springen. Müssen wir da rüber gehen? Das ist ein bisschen kack, dass mir das Schaden macht. Das ist ein bisschen kackt. Das ist ein bisschen kackt. Das ist nicht gewohnt, das Rampenlicht zu teilen. Also, als wir klein waren, haben unsere Eltern sie nie aus den Augen gelassen. Tarin wollte alles aussaugen, was sie in die Finger bekam. Das ist ein bisschen kackt. Das geht irgendwie auf Tarins Konto. Aber danach entschied unser Vater, dass wir nie von seiner Seite weichen durften. Er hat es ihr nie gesagt, aber er sah Tarin als Monster an. Und ich war nur ein Freak nebenbei bemerkt. Aber wir haben ihn verlassen und sind nach Pandora gekommen. Was der alte Sack nicht verstanden hat, ist, dass ein Freak mit einem Echo-Stream heutzutage ein Star sein kann. Und darum stream ich live auf Twitch. Wenn du abspringst, mach dich gleich auf einen Kampf gefasst. Die KDK geben ihre Gefangenen ungefähr so gern auf, wie ein Grog einen Schienbeinknochen. Sie war ein Kampf. Viel Glück, Kammerjäger. Lass sie deine Wut hören. Reiß sie in Stücke. Nein, es ist Schließer Tim. Oh, Legendary. Legendary Schild. Ey, der hat nicht runtergetreten. Gehen sie mir vom Himmel. Komm, was gut ist, was gut ist. Äh, Räder. Rolltreppen, rolltreppen, rolltreppen. Au. Ja, bei mir war das ein Schild. Ist das eine Pistola einfach? Ja. Oh, der macht schön schade. Ja. Was schon geschehen. Ja. Du bist mein Leiden. Hör doch nicht meine Komme. In meinem langen Schlaf. Jetzt entfier dich. Unser Mann hat mich. Mein ganzes Mal. Okay. Und sie ist die da. Das war echt Kammerdieb. Boom, gesalt! Uh, du bist sexy. Kammerdieb will den Wappen schmied halten. Ist das ne Jacobs? Ja. Nice. Oh, da ist noch ein lila Kack. Minus 25% Schaden, Minus 25% Genauigkeit und haut trotzdem rein. Hau drauf! Uh, Legendary. Ich hab keins. Ah, noch ne Schrotflinte. Von Hyperion. Keep Dive Face Puncher. Ist das nicht die, die wir haben? Ne. Wir haben Subsidized the Butcher. Oh, das sieht aber auch geil aus. Hat auch ein Schild. Ein praktischer Trick. Oh, die ist übelst präzise, ohne Streuung. Oh, Schild anschauen, was ich bekomme. Shooting Star, nicht nach oben sehen. Wenn verbraucht, erzeugen erfolgreiche Nacken für ein Projektil, das 533 Schaden verursacht. Da ist er. Der Waffenschmied höchstpersönlich. Danke Kammerjäger. Es wird Kultisten wollten mich zwingen, Waffen für sie zu bauen. Das ist so ungefähr das letzte, was ich will. Jacobs Waffen gehören in Jacobs Hände. Hier, der Schlüssel zu meinem persönlichen Waffenlager. Nimm ihn. Aber frag lieber nicht, wo ich ihn versteckt habe. Den Schlüssel oder das Lager? Ja. Ich gehe zurück nach Reliance. Oh, Leonard, der Schlüssel ist noch warm. Geschmeidige Operation. Gut, dass Dorton wieder auf unserer Seite ist. Kommt vorbei, damit ich dir gebührend danken kann. Kommt vorbei, können sie raus schauen. Vergiss nicht, Dortons Depot aufzumachen. Du hast es dir verdient. Ich gehe dann links. Über die Brücke. Dann links. Und dann wieder links. Und jetzt das andere recht. Genau. Ups, so weit. Legendary, Legendary, Legendary. Come on. Legendary. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist genau die, die ich habe heute. Leider für Level 24. Die sieht ziemlich cool aus. Die ist auch richtig cool. So beginnt der Widerstand. Ich war überall in dieser Galaxis. Habe Dinge gesehen so dunkel und schrecklich, dass du sie nicht glauben würdest. Aber diese... Ein fucking Sniper alter mit der Raketen dran. In einer eigenen Liga. Man muss nicht studiert haben, um zu wissen, dass sie jemand auch... Das ist so cool. Ich glaube, dieser jemand bist du. Wir sehen uns, Kammerjäger. Das ist so cool. Ich glaube, das ist so cool. Ich glaube, das ist so cool. Ich bin jetzt mit dem Hammerlock. Hammerlock ist... No. Ich bin jetzt mit der Flugzeuge... Das ist so cool. Das ist so cool. Dann geht der flinke Finger. Dieses Abspielgerät wieder flott gemacht. Finden wir heraus, wo der Kammerschlüssel versteckt ist. Wie wär's, Kammerjäger? Äh, nee. Der Gedanke, dass das vielleicht die letzten Worte von Montgomery Jacobs waren. Ich bin besoffen. Das ist... Oh je. Ich bin besoffen. Und hab Schiss, Junge. Die Fanatiker sind hinter den Kämmern hier. Und somit hinter uns ist nur eine Frage der Zeit. Also, hör zu. Die große Reserve, der ölige Friedhof und das Familienjuwel. Da findest du den Schlüssel. Junge, der Jacobs Familienbaum hat Jahrhunderte überdauert. Lass ihn nicht sterben. Ah, ich vergesse niemals deine letzten Worte. Verdammt, aber auch dieses Scheiß-Sodbrennen bringt mich noch um. Okay, das reicht. Das Familienjuwel ist das Schiff meines Vaters. Es ist im Dschungel abgestürzt, nicht lang nach seinem Tod. Such das Juwel, Kammerjäger. Wenn die kryptische Nachricht meines Vaters stimmt, ist ein Schlüsselfragment an Bord. Alistair und ich gehen inzwischen den anderen beiden Hinweisen nach. Ah, ein Dreck, der tief in wildes Land führt. Ich bin neidisch, Kammerjäger. Bis später. Das ist ärgerlich. Aufgepasst, Schleimscheißer. Gefällt euch die Slum-Tour durchs Paradies. Sag einfach Bescheid, wenn die Kammer offen ist, ja? Es ist einfach toll, wenn das Abendessen schon auf einen wartet. Bis später, ihr Arschgeigen. Oh, echt jetzt? Hm-hm. Nicht mein Sekret. Vor allem nicht mal einen Weg durch, aber drüber können wir. Hui! Bist du tot? Nee, weil es gibt hier keinen Fallschirm. Nicht mal einen Nakenfang dafür. Aber einen Ping. Wer hätte den Ping nochmal gemacht? X. X. Das X steht für Ping. Ey, wollen wir dieses... Wollen wir diesen Riesendino da oben bringen? Was für ein Riesendino? Den da. Ah. Was soll ich ein Legendary sein? Oh, Legendary. Hahaha. Oh, aber mir nicht. Destinedly Unforgivene Pistole. Alter, das sieht so geil aus. Wo hast du mit 24? Ich will auch eine. Also jetzt gerade löppt es mit den Legendaries, Alter. Ja, aber mir nicht. Ich hätte gedacht, der würde irgendwie in so einen Bonus-Effekt kommen, wenn ich noch schieße, aber... Mach den Einbringling weg, was dich nicht umbringt. Mach dich um... Mal sehen, was sich darin befindet. Wie, kein Legendary? Dann ist das auch noch Schrott, ey. Immerhin haben wir ihr Ritur bekommen. Und wo ist es lang? Riesiger Aldachin. Und Kleidung wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Was ist das? Deadly Wild Life. So ein Scheiß. Hilfe! Hilfe! Oh, Moment, Moment, Moment. Ich empfange ein Echo-Signal. Scheiße, ja. Ich bin gerettet. Hier drüben! Wer bist du? Weißt du, wo ich das Familienjuwel finden kann? Oh, ich kenne das Familienjuwel. Ich bin Baylex, der Navigator des Schiffs. Ich werde es dir beweisen. Hier sind die Koordinaten für meinen Arsch. Und jetzt komm und rette ihn. Ruhe dich jetzt aus. Deine Jagd ist vorbei. Blut. Überall Blut. Ein praktischer Trick. Überall Blut. Ich will schon mal, wenn er sich diese Schrottwinte liebe. Oh, was? Eine Gegnerhorde? Boah. Boah. Bittesch. Bist du in der Nähe? Fast da, aber ich stecke gerade mitten in Bastren. Und zwar in einem verdammt riesigen Dinosaurier. Achtung! Hör den! Komm schon mal los, hör den! Oh, Mann! Endlich draußen! Mann, war das schlimm da drin! Das ist ja eckehaft. Hässliches, pinkes Plüschtink. Ist das deine normale Körperform? Hey, ich will nicht drüber reden. Wieso suchst du überhaupt das Familienjuwel? Ich suche ein Kammerschlüsselfragment. Und Wainwright Jacob sagte, es ist eins auf dem Schiff. Oh, du gehörst zu Wainwright. Okay. Ja, dann zeige ich dir, wo das Juwel ist. Ganz in der Nähe in einer Schlucht. Ich kann dich reinbringen. Hey, das kriege ich auf. Navigiert, Baby. Warte mal, wach auf. Das ist mal ein rosses Geflug.